Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, heute checken wir endlich mal die neue Vollversion von Ju ab. Der neue Song, der hochgeladen worden ist, Könige der Nacht, den ich ja in dem, ähm, wo war der, bei Halloween in Asozial, war der da? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall fand ich den dort ja mit am besten, weil das eben dieser Apache-like Song ist und der sich wirklich geil angehört hat, ja. Es gab dann da später noch bei Songs aus der Bohne 3, glaube ich, Apache, ähm, aber hier hatten wir das erste Mal diesen Apache-Stahl von Ju, den ich wirklich gut fand. Ich bin gespannt auf die Vollversion, Leute, und ich würde sagen, wir hören jetzt zusammen rein. Falls ihr gefragt habt, wir werden ab jetzt auch jedes Bullion Jam Video uns ansehen, habt ihr erst ein paar ausgelassen, aber wir werden ab jetzt alle ansehen, die neu rauskommen, weil viele gefragt hatten. Gut, Freunde, wir sind heute auf YouTube Music unterwegs, viele haben auch gesagt, ähm, sie können die Song leider nicht hören, weil sie kein Spotify haben, weil sie schon YouTube Music haben. Auf YouTube Music kann man auch alle Songs hören, die sind dann hier auf diesem offiziellen Julien-Bam-Thema-Kanal hochgeladen, ja. Schaut gerne rein, Leute, ansonsten Link zum Original in der Beschreibung. Let's go. Boah, schöner Beat wieder. Yo, süßes Soda-Saurus, du abgefuckter Clown. Gib mal gescheites Drecks her, oder müssen wir die klauen. Heide sein... Ist das schon neu? Nee, ist das noch nicht neu, oder? Das ist noch nicht der neue Part. Ehrenmann weg mit diesem gesunden Dreck. Wir wissen, wo dein Haus... Nee, ist noch reit, ist noch reit, ist noch reit. Ey, habt ihr das jemals gemacht mit diesem Klopapier einpacken, oder habt ihr mal sowas mitbekommen von so einem Fall? Ich hab das nie gemacht. Also ich hab's echt nie gemacht und auch nie mitbekommen. Man kennt das nur aus so Serien und Filmen, finde ich, oder? Hat das wirklich mal jemand gemacht? Oder ist das bei jemandem gemacht worden? Schreibt es mir in die Kommentare, Leute, das würde mich echt interessieren. Oh, die Hook, Alter. Die Hook ist einfach krass gut. Die Hook, Alter, die Hook ist einfach krass gut. Ey, ist so krass. Ey, wie gesagt, man muss nochmal Props geben. Ju hat sich raptechnisch so gesteigert. Jetzt mal abgesehen von der Hook, die wirklich abnormal krass ist und einfach ein Ohrwurm für mein Lebensende sein wird wieder. Ja, ist auch wirklich der Rap-Part sauber. Die Zeit, die Nacht ist bald schon vorbei. Tipps auf Wagen, mein Digger, wir sind zu dritten, du nur allein. Wir kriegen nie genug, wir werden niemals satt. Sind wie Könige der Nacht in dieser Stadt. Oh. Komm auch bei dir vorbei mit unserem Wagen. Das ist einsthaft von dem Dittesheim. Die Hook ist wirklich schön. Süßes oder saures, wir sehen da einen fetten Wagen stehen. Na, klasse, AMG. Wallab, Bruder, gib uns den. Wir würden auch noch die Fresh. Jetzt weiß ich auch, wer bei Marsle Scorpion das Lenkrad geklaut hat, Freunde. Es macht alles einen Sinn auf einmal. Alles. Shit-Tasche und Klunker nehmen. Wir kommen mal kurz rein. Also, hör mal auf, wir haben den Weg rumzustehen. Geil Hot Wings mit Hot Wings, mit Hot Wings im Abendbrot. Sorry, Toilette im Arsch. Ich war gerade groß. Huch. Huch. Ich habe noch nie Hot Wings gegessen in meinem Leben, Leute. Soll ich mir mal Hot Wings holen? Habe ich echt noch nie gegessen. Hätte ich aber Bock drauf. Eure Tochter sieht voll nicht nice aus, doch wir nehmen sie mal mit. Ey, Wallab, scheiß drauf. Man nimmt, was man kriegt. Ich kenne die Situation besser als jeder andere von euch, Alter. Man nimmt, was man kriegen kann. Wir kriegen nie genug, wir werden niemals lang. Sind die Königin der Nacht in dieser Stadt. Und auch bei dir vorbei mit unseren Fragen. Ist das Eis da, wollen wir es haben. Dieser funky Gebiet passt echt ganz gut, muss ich sagen. Okay, das war es leider schon, Leute. Das war es leider schon. Aber, wie gesagt, einer der besten Songs, finde ich. Allein wegen der Hook. Die Hook ist wirklich scheiße gut, Alter. Ist wirklich krass, finde ich. Boah. Also, der letzte, wer hat mal das letzte? Der letzte hatten wir Baba in deiner Stadt, glaube ich. Den fand ich ja auch wirklich, wirklich stark, ja. Und sowieso der Apache-Song aus Songs aus der Bohne. Der toppt alles, würde ich fast sagen. Aber Könige der Nacht habe ich damals auch schon. So, beim ersten Mal, wo du nur die Hälfte gehört hast, ungefähr, fand ich den auch schon so stark. Und als Vollversion geht er auch wirklich fit. Vor allen Dingen, das Gute ist eigentlich, wenn man den als Vollversion jetzt hat, dass ich den mal in eine Playlist packen kann und hören kann, unterwegs irgendwie. Das ist der einzige große Vorteil, den das für mich macht. Deswegen, Freunde, schreibt mir gerne eure Meinung zum Song rein. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns spätestens morgen bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt natürlich fresh, so wie immer, Leute. Ihr wisst es, lasst einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Checkt das Originale wieder in der Videobeschreibung. Bis dahin, bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.